Vorweg möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass die Polizei angekündigt hat, Leute mit einer Strafe zu belegen, die die Maske im Gesicht tragen. Dementsprechend versucht euch an die Vorgabe der Exekutive zu halten. Jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, machen wir weiter im Programm. Wir haben heute ein paar Redner für euch. Wir werden uns... Entschuldigen? Ja, ich wurde gerade vom Versammlungsleiter gebeten, die Leute darauf hinzuweisen, dass ihr von hier, von der Kreuzung, auch rüber hier auf die Straße kommen könnt. Also rückt ein bisschen zusammen. Müsst, müsst, ja, ihr müsst das!